Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Grünbelag sieht unschön aus und kann schnell zu einer Rutschgefahr werden. Deshalb muss dieses jedes Jahr aufs Neue entfernt werden. Mit einer Steinimprägnierung lässt sich das erneute Ansammeln von Grünbelag verhindern. Wir haben von Nano Protect eine Steinimprägnierung als Konzentrat erhalten und wollen in diesem Video testen, wie gut es sich anwenden lässt und ob wir damit den Grünbelag für immer los sind. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Grünbelag ist eine grünliche Verfärbung, die auf unterschiedlichen Materialien wie Stein, Holz und Kunststoff entsteht. Hervorgerufen wird dieser Belag meist durch Algen. Diese gehören zur Gruppe, der Luft- und Bodenalgen und lassen sich gemeinsam mit den Mosen leicht manuell entfernen. Das Problem ist jedoch, dass Algen oft eine Symbiose mit Flechten eingehen. Diese bestehen aus Pilzen und Bakterien, sind besonders hartnäckig und breiten sich schnell aus. Beim Entfernen der Flechten werden die Sporen aufgewirbelt und legen sich anschließend wieder auf den Boden, sodass sie sich erneut ausbreiten können. Besonders häufig bildet sich Grünbelag auf Terrassenplatten, Pflasterstein, Grabstein, hölzernen Elementen und auf Dächern. Begünstigt wird das Wachstum durch dauerhaften Schatten und Feuchtigkeit. Hat sich ein erster Grünbelag gebildet, speichert dieser das Wasser, sodass die Feuchtigkeit erhalten bleibt. So manch ein mag das Aussehen des Grünbelages nicht stören und es sogar vielleicht schön finden, doch gerade auf Gehwegplatten und Terrassen kann diese grüne Schicht zur Rutschgefahr werden und sollte deshalb entfernt werden. Manuell lässt sich der Grünbelag mit Bürsten oder mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Oft wird dieser jedoch sehr hartnäckig, dann hilft der Einsatz von Grünbelagsentfernern. Diese töten Algen und Pilze ab und helfen dabei, dass die Flechten nicht erneut sich bilden. Wir haben für euch bereits verschiedene Grünbelagentferner ausprobiert. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Trotz erfolgreicher Anwendung sind nach einem Jahr unsere behandelten Flächen wieder grün. Wir müssen also mindestens einmal im Jahr unsere Flächen mit einem grünen Belagentferner behandeln. Eine Alternative ist, die Steine zu imprägnieren. Dabei wird eine unsichtbare Schutzschicht über die Steine gesprüht. Diese verhindert, dass Wasser und Schmutz auf den Steinen anhaften. Man sieht es sehr deutlich, wenn man nach der Behandlung Wasser auf die Flächen gibt, dass es einfach abperlt. Durch diesen Effekt trocknen die Steine schnell ab und der Nährboden für Algen, Flechten und Mose ist nicht gegeben. Wir haben von Nano-Protect zum Test eine Steinimprägnierung erhalten. Es ist ein Konzentrat und erhält 1 kg. Vermischt ergibt diese Imprägnierung 10 Liter und reicht für eine Fläche von 80 bis 120 Quadratmetern. Die Steinimprägnierung von Nano-Protect wirkt in zwei Phasen. Die erste Phase ist eine Tiefenwirkung. Hierbei verbindet sich die Imprägnierung mit dem Stein, schützt diesen und reduziert die Nässeaufnahme. Die zweite Phase sorgt für einen Abperleffekt. Dadurch wird Wasser und Schmutz abgewiesen. Mit der Zeit reduziert sich dieser Effekt durch den Abrieb verschiedener Umwelteinflüsse. Aber Achtung! Die Steinimprägnierung ist nicht für alle Oberflächen geeignet. Wichtig ist, dass der Stein Wasser aufnehmen kann. Der Untergrund sollte also offenporig bzw. saugfähig sein. Das könnt ihr testen, indem ihr etwas Wasser auf die Oberfläche gebt. Wird die Stelle dunkel, ist das ein Anzeichen, dass das Wasser aufgenommen wird und der Stein für die Imprägnierung geeignet ist. Bevor wir die Steinimprägnierung anwenden, muss die Fläche gründlich gereinigt werden. Ideal dafür ist ein Grünbelagentferner oder ein Steinreiniger bei sehr starker Verschmutzung. Hier haben wir einen Grünbelagentferner von Nanoprotect verwendet. Wichtig ist, dass der Untergrund saugfähig, sauber, fettfrei und trocken ist. Wir haben zusätzlich die Fugen von Moos und anderen Unkräutern befreit. Hier eignet sich am besten ein Fugenkratzer oder ein handelsübliches Messer. Anschließend haben wir die Fläche mit einem harten Besen abgefegt. In einem Verhältnis von 1 zu 10 für stark verschmutzte Flächen bzw. 1 zu 20 für normal verschmutzte Flächen wird das Konzentrat mit Wasser verdünnt und mit der Druckspritze gleichmäßig satt aufgetragen. Anschließend lässt man das Ganze etwa 2 bis 3 Tage einwirken. In dieser Zeit sollte es möglichst trocken sein und nicht regnen. Nach Ablauf dieser Zeit kann es mit der Steinimprägnierung weitergehen. Man kann sie entweder aufrollen, streichen oder sprühen, wobei der Hersteller hier eindeutig das Einsprühen empfiehlt. Wir haben uns also ebenfalls für das Auftragen mittels Druckspritze entschieden. Die Imprägnierung lässt sich so recht schnell und gleichmäßig auftragen. Ist der Untergrund stark saugend, empfiehlt Nanoprotect, die Imprägnierung nass in nass zweimal aufzutragen. Wenn sich stellenweise Pfützen bilden, empfiehlt es sich, diese mithilfe eines Tuches oder Schwammes zu entfernen. Aber auch ein Besen kann zur Hilfe genommen werden. Es dauert etwa 2 bis 4 Stunden, bis die Imprägnierung getrocknet ist. In dieser Zeit darf es nicht regnen und ihr solltet die Fläche nicht betreten. Bei einem ersten Test kann man deutlich sehen, wie das Wasser abperlt. Dieser Abperleffekt hält 2 bis 3 Jahre an, während der Tiefeneffekt 5 bis 8 Jahre erhalten bleibt. Eine Auffrischung ist jederzeit möglich. Dabei wird jedoch weniger des Imprägniermittels verbraucht als bei der Erstanwendung. Nach dem Winter werden wir euch zeigen, wie gut die Steinimprägnierung von Nanoprotect bei uns gewirkt hat und ob wirklich kein Grünbelag entstanden ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr bei unseren nächsten Videos benachrichtigt. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Holzpflege an. Auch hier haben wir einige interessante Produkte von Nanoprotect für euch an einer Holzterrasse getestet. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.